Willkommen zurück zu der Sperger-Seges-Jeder-Folge. Wir haben hier in Crop Horn. Es reicht hier vorgeschaltet, um hier reinzukommen. Und jetzt haben wir die nächste Erinnerung. In den Kamien. Professor Rackham hatte Recht damit, Ihnen zu vertrauen. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. So, dann schauen wir doch mal. Bakars Erinnerungen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hallo? Isidora? Isidora? Oh, Mr. Morganer geh' ich. Mr. Morganer? San, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Niamh hatte Recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief reinatmen. Sheila, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz, ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leid, nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora. Runter mit dem Zauberstab. Professor, sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich sie nicht. Expelliarmus! Schmerz ihn, Schmerz ihn! Sie lebt. Ah, sie konnten nicht, dass sie sie so töten, weil im normalen Duell hatten sie halt keine Chance. Schon krass, aber wissen wir auch, warum es nicht ein Porträt ist. Weil sie sie vorher quasi gekillt haben, bevor es fertig wurde. Das haben sie nachher noch entfernt, nachdem ich weiß gar nicht, wie das bei der magischen Melden funktioniert dann genau. Muss ich persönlich nicht am Leben sein, die Hüte sind ja auch nicht in meinem Leben, deswegen... Gut. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isadora gekämpft haben, befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isadora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Renrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Renrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Puh. Puh. Ah, der Togak. Gut. Gut. Moons Trans Oi. Bei Himmels Diet Grenze. Stoppe Renrock und wo gut. Ja. So, ok. Mal reißen Sie Bestians Quest. Stormt erstmal nicht mehr. Man sieht das networks weg. Nur wenn, die wirruschen haben. Denn, ja, das schiepst sich da jetzt auch ganz schön zu. Mal gucken. Bin ich da sehr gespannt drauf, wenn ich das jetzt mache. Weil wir jetzt Hauptquest-mäßig eigentlich zumindest Appetit-Grund schnell machen müssten, aber egal. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous, er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Jetzt wird's lustig. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Rivelio. Können wir denn die Sachen nicht wieder aufgefüllt? Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden haben? Da vorn. Da vorn. In der großen Halle. Von Steinen. Von Steinen. Mit der thing. Was ist das? So. 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 Das war's für heute. Kommt, Rinko, Rinko, Rinko. Ja. Oh Gott. Keines Schwören. Wie viele mehr die sind hier? Bombardier. Zafinus haben wir. Zafinus haben wir. Zafinus. 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 Achio! Engarium Liviote! Achio! Engarium Liviote! Achio! Da ist Sebastian. Der ist crazy. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch. Das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Enferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Enferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Achio Relikt! Das Relikt? Das wirst du wischen! Gah! Ich hab damit gar nichts zu tun. Das war der. Ich hab ihn die ganze Zeit versucht auszureden. Ich hab ihn auch noch zweites Frontenkrieg, ey. Geht jetzt noch nicht auf mich los. Achio. Ah, das wollen wir jetzt mal drinnen. Ich hätte dann hergekaputt. Oh, kein Problem. Au! Ich hab ihn sogar durchschneiden. Da bin ich zu dir. Ich wahnsinnig. Warte. Ah-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Lebe. Lebiosum! Lebiosum! Vorwader! Lebiosum! Konfliktum! Gefängnis! Lebiosum! Lebiosum! Na toll, da kann man noch neuer! Ich gar nichts auf dem Spitz! Geht ja doch los! Na egal! Nichts! Lebiosum! Epingo! Konfliktum! Bambara! Lebiosum! Protego! Konfliktum! Bambara! Schwung! Gah! 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 Agh! Boast bonkum! Gah! Ha! Aung! Gah! 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 Bboblo! Gah! Hohohoho! Ich Der ist da einfach frei. Von weh, von wohl, lass mich doch mal ausreden. Die ganze Zeit versucht davon abzuhalten, er wollte ja nicht hören. Hab ja nichts gegen ihn. Ist ja gut, der Freund, aber der sollte halt auch hören. Wenn der schon so nach so Fungel nicht hört. Verlässt wieder aber ab. Ich sag mal, ich brauch noch einen. So. So. Uh oh. Erichter! Und? Um, ich muss sich dafür ja nicht debt... Komm weiter! Koppfilter! Koppfilter! Komm weiter! Die Pen! Ich konnte mich nicht heilen Ich hab da unten gedrückt, ich konnte mich nicht heilen Oh Mann, ich muss das alles nochmal machen Ach, ich hasse es Ist das nicht, Sebastian? Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort Ist doch blöd, ey Ich wollte die schwarze Magie rücken, so wie ich die Emferi kontrolliere Ich krieg zudem ich jetzt auf der Ebene wie vorher die Emferi nachspawn Aber ich mich gar nicht heilen konnte, weil der mich in irgendeinem Hut hatte, ey Das ist ein bisschen zu weit gekommen Das ist ein bisschen zu weit gekommen Das sind die Nerven einfach Weil die gerne auch respawnen Ob das nicht gegeneinander kämen, ist so unerwichtig Das ist ein bisschen zu weit gekommen, aber ich kann mich nicht heilen Ich kann mich nicht heilen Ich kann mich nicht heilen, ich kann mich nicht heilen Ich kann mich nicht heilen, ich kann mich nicht heilen, ich kann mich nicht heilen Ich kann mich nicht heilen Saxmiffe Ich kann mich nicht heilen von mir Ja, jetzt brauche ich den Fremdor. Oh, das war gut gekommen. Zusammenarbeit mit dem Umfeld. Ja, jetzt muss da ein Fremdor. Ja, jetzt muss da ein Fremdor. Sonst bist du zu weit gegangen. Das war's. Boah, was ein Kampf, ey. Krass. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Kapatatidabha! No one. Du bist. 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 Nein! Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Was habe ich getan? Was hast du getan? Du hast deinen Onkel ungebracht, nicht ich. Doch, wir kennen doch da so. Stopp ihn halt. Warum macht er das? Er hätte nur entwaffnen können, oder so. Warum schießt man denn, wenn er war, da geht Daffra drauf, Alter. Alter, aber krass, dass wir das einfach ziehen, ey. Boah. Richtig düster. Gut, Harry Potter war auch düster, sind wir mal ehrlich. Auch so viele Leute gestorben. Und vor allem ich. Ich habe nicht meinen Onkel ungebracht. Mal ganz hart gesagt. Die hat halt die Heilung von ihr über alles gestellt, ey. Das ist halt... Aber halt falsch. Nur so wenig wie ich meine Kraft hier hätte auch nicht reinkönnen. Dann hätte ich gesehen, was bei Isidora passiert ist. Dass es genau so geendet wäre. Wie, was ist denn? So crazy, Alter! Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh, sieh ich dahin. Innerlich und... Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich... Kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich... Kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian! Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später. In der Krypta. In Ordnung? Alter, das ist... Das ist ihm dein Ernst jetzt, oder? Boah. Ich bin gerade ein bisschen baff. Krass. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, Prüfung Merlins. Wir haben gerade gesehen, wie hier einer jemanden angebracht hat. Ja, egal. Prüfung Merlins. Wir haben hier ein paar Blätter hier drauf. Passiert schon nix. Das sehen wir jeden Tag. Wir töten ja auch ernst genug. Was noch mal was anderes. Dass wir irgendwelche Wildere fertig machen, als dass der einfach seinen eigenen Gunkel umbringt. Finde ich jetzt persönlich. Bombarda. Reveilion. Oh, der findet ja nett. Also, das... Das war ja nassgemäßen. Aber trotzdem. Reveilion. Bombarda. Die Musik ist wohl heavy und so. Das ist eigentlich passiert. Contrinto. Reveilion. B. Wie? Warte, Fak. Hättest du wahrscheinlich uns gerettet. ...gerettet. Der Onkel wollte ja immer nur das Beste für die je. Und das hat er jetzt schon mal nicht gecheckt. Was an seine eigene Familie umzubringen, ey. Puh, ganz schön hart. Tschüss. Ganz schön hart. Wir gucken mal, was dieses Bild hier von uns will. Hilfe! Ich wurde entführt! So, geht es Ihnen gut? Sie scheint ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt! Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen! Hm. Er wurde gestohlen! Und zwar von Schülern! Man heuerte dreckige Debe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen! Oh je. Das klingt furchtbar. Allerdings! Astoria Cricket ist einfach furchtbar! Sie steckt hinter alledem. Sie und ihre Freunde beschwerten sich über mich! So eine Unverschämtheit! Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen! Dort hing mein anderer Rahmen! Eine ziemliche Bruchbude! Aber es könnte wohl schlimmer sein! Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja! Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Aber wer ist Astoria Cricket und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Sironas schönem Gasthaus eine Menge mit und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Erzählt doch mal, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Ich könnte mir die Sache ansehen. Würden Sie das tun? Wunderbar! Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen! Hotel in der Patsche. So. Und Huxmied. Ich muss mal dringend in den Raum der Wünsche noch mal gucken, wo wir ein besseres Gier haben, wenn man es zum Abschluss zu spüren ist. Da oben. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocksleute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn Sie hoch genug fliegen, sollte Ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann im Melder. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Astoria Cricket? Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Wenn's nach Ferdinand Pratt geht, schon. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Ja, der ist wirklich furchtbar, oder? Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich vier Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den Seetorgen zu legen. Was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahmen mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weg haben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bad. Wenn du mich fragst, soll er sich nicht beschweren. Er hätte auch im Eberkopf landen können. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, Ziegengeruch. Und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. Er ist nicht mehr hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett, mit dir zu reden. Alles klar. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch. Sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja. Aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ich sehe es mir an. Er ist fertig. Du, krass. Hübsch. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ah, okay. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Das ist kein normaler Satz. Ich verstehe. Danke, Sir. Was wirst du denn jetzt? Du hast dich auch gegen Renrock aufgelenkt. Das macht wir vor allem nicht zu sein. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht. Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Hm. Not toll. Ich würde diese Folgen-Poll machen. Aber ich dachte, wir gehen jetzt aber da raus und alles ist gut. Erst wenn man führt. Oh Gott. Komm, sing. Komm, sing. Oh Gott. Obtrieb Doch. W狩り wha? W狩りとしながら。 What? 射撃を打てる。 分かる。 射撃を打てる。 豚があなたの力を持つ。 狩りの神とリアンの数を行って出した。 Tja, 10 Minuten! Mmh! Wann jetzt? Kontingo! Kontingo! Ja, das ist ein Glück! Das war's. Da ist noch was, und noch was, und noch was, und noch was, und noch was. Tja. Oh, god. Frostfarton. Oh Mann! Eh, so definitiv... Bombardant! Dependent! Dipendent! Glatio! Dipendent! Bombardant! Dipendent! Protego! Dipendent! Bombardant! Glatio! Dipendent! Glatio! Bombardant! Dipendent! Glatio! 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 Du hast den Dreh 1! Komm der aber mal jetzt her! Glatio! Glatio! Gefendet! Senkt uns aus, Elie. Het auf. Kommt! Klaft hier. Gefendet! Verklinge! Echtニu! Klaft hier! longtemps zu. Der hast du nicht drauf? Klazium! Komm, Tringo! Klazium! 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 Loll! Klazium! Öff! Kommen wir ein neuer, aber dann gut. Da krieg ich dich anders, kann ich so machen. Ich krieg alles ein Moonlight-Chief. Da krieg ich echt nur ne Kombo aufbauen an den. An den. Ich kriege zu dir hin, dass deine Augen verschwindet. Protego! Platio! Du kannst nicht vorstande. Gepinto! Vontrinko! Vontrinko! Gepinto! Töbe hier, Protego! Sollte das so etwas wie einen Angriff haben? Contrinko! Contrinko! Platio! Contrinko! Defendung! Weg nehmen! Platio! Contrinko! Defendung! Defendung! Contrinko! Defendung! Motengo! Defendung! Platio! Contrinko! Contrinko! Entendung! Contrinko! Defendung! 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 Ah, er ist das. Contrinko! Entendung! Contrinko! Platio! Defendung! Contrinko! contrinko! Das wäre gut. Gut, ebenso. Sonsten. Das ist kalt. Descending. Da können ich so die Kutzele jetzt nicht missen. Descending. Glatio. Konfrendo. Descending. 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 Das war noch. Glatio. Konfrendo. Ich habe noch einmal meine P. Descending. Da. Der. Descending. Glatio. Gold. Glatio. Defeat. Defeat. Glatio. Glatio. Ich will ja auch mal stehen, ey. Die Folge hat Überlänge, Leute. Das war erstmal was ganz Fies. Ich mache ihn im Kampf einfach einen Cut, weil die Folge geht viel zu lange. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Take this. Find them. Professor Weasley! We don't know what magic caused this. Weasley! Weasley! Come on, set up. Weasley, set up. Adekadabra! Weasley! 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 Weasley!